Hallo Leute und damit auch Willkommen zu einer neuen Folge von The Hero Brine Und ja, tatsächlich bin ich heute wieder der Hero Brine Und meine Aufgabe ist es nun, meine Widersacher, die Survivor, alle zu töten, alle zu eliminieren Ich seh dich schon, ich seh dich schon Ach komm noch schon Ich weiß genau, wo auf dieser Map du spawnst, deswegen werden alle am Anfang hin, um dich zu töten auf der Welt Oh Mist, 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 okay, dann soll ich vielleicht wegrennen, ne? Naja Das wäre ganz gut Das wäre ganz gut Oh, ich weiß nicht, das ist ein schades Blitz Ah, und Oh, Fluffy ist tot Oha Sunnizer hat mich das letzte Mal getötet Und diesmal wird er mich nicht töten können Denn vorher wird er sterben So Ja, Rache ist süß, sag ich ja immer, ne? Ich würde gerade sagen, der Witz ist, wenn man mit dem Pfeil auf den Hero Brine schießt Da wird er für eine Sekunde sich brauchen Ach, genau Stimmt Die Sache ist, den ersten Schad haben wir schon weg Das geht ja relativ schnell, die Map ist ziemlich klein, ne? Die Map ist klein, aber das Haus ist verwinkelt ein bisschen Okay, so, einen habe ich noch hier, zack Das ist wie bei einem Wolfsrudel, man muss erst die Schafe auseinander treiben und dann einzeln zerfleischen So ist das Nein, 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 ich bin in den Spindwegen Captain, rette mich So lange ich in den Spindwegen hänge, hab schon gut, geht raus Okay, okay, alles klar, alles klar Ich bin mal gespannt, weil ich jetzt den Schad, den Schad am Das ist halt der Vor-Time-Wizard, der hat einen Speed-Buff Okay, danke, ich habe jetzt ein Schwert Boah, ich kriege den nicht tot, was ist das denn, meine? Äh, ich kann mich noch zweimal heilen, weil ich zwei Bandits habe Oh, Alter, wie viele Wizards hier einfach mal sind Wizard ist halt irgendwie wirklich das nützlichste Kit, ganz ehrlich, weil Ich auch mal ausgebilden Captain Milost! Lass mich! Ich, ich helfe dir gerade Captain Wow Dieses Healing bringt's Ja, ich hoffe es gerade, ich hatte nur ein Herz Ich dachte, er zieht mir jetzt schon zweieinhalb Herzen pro Hit ab Ja, ja, ziemlich jedenfalls Okay, oh, Mist, der Schad ist gespawnt Oha, Askaita folgt einem, der gerade fast beim Schad ist Ja, der wird auch den Schad nicht kriegen Nein Lass es Perfekt Weg, 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 weg Pass auf, pass auf Lauf, lauf, lauf Lauf, lauf Weg, weg, weg Bad Bonds Nein! Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt Ich hab dich doch im letzten Video gewagt Nein! Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt mit zwei Naja Ähm, ja, so soll das natürlich nicht aussehen Also auch diese Runde als Hero Brian Naja, war jetzt leider nicht so gut Aber mal schauen, ob wie die nächste Runde ausseht Okay Leute, und jetzt geht auch weiter in Drei, zwei, eins Und diesmal bin ich ein Wizard Und ein Survivor Und jemand anderes ist der Hero Brian Ah, okay Diese Map kenn ich noch gar nicht Irgendwas mit Pumpkins hier anscheinend Ja, siehs mir auch noch Und als Wizard kann man sich einfach zweimal heilen Das wollte ich jetzt auch mal unbedingt ausprobieren Gut, woher... Oh, ich bin gerade direkt am Hero Brian vorbeigelaufen glaube ich Ah, der ist bei mir Auch bei dir ist er? Genau, ich seh'n Okay Ich komm mal zu euch Oh mein Gott der Hä? Wir wissen ja wie lange der Speed hält Äh, der hält 2 Minuten 15 Sekunden wenn er perfekt trifft Geht drauf, geht drauf Okay, ein Shard has spawned Äh, aber die Sache ist wir hitten ihn die ganze Zeit Er ist nicht mehr Weg, weg, weg Weg Oh Bomben Mich wird er nicht getroffen zum Glück Okay, wo ist der Shard? Wo ist der Shard? Wo ist der Shard? Der wurde schon eingesammelt von einem Spieler Okay, Verheilung Perfekt Wo ist denn der Spieler? Oh, oh, oh Oh, oh Ja, er wird angerufen Natürlich Der Hero Brian möchte natürlich nicht, dass er den hier kriegt Also zack, 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 zack Der ist runter, der ist runter, der ist runter Achtung, da ist ne Bombe Da ist ne Bombe, da ist ne Bombe Da ist ne Bombe Oh, gut Oh, perfekt, perfekt Ein Shard schon gecaptured Perfekt So, wo ist der nächste? Das ist die Frage jetzt hier So, hier Ich hab ne Heilkreis gezogen Im Heilkreis? Und es wird nicht stre... Oh Gott Oh Rauf da, rauf da, rauf da, go, go Oh Da ist er, da ist er Da ist er Mich hat er wieder nicht getroffen mit der Potion Äh, was ist denn? Ah Mist, ich bin tot Ich steck fest Da kann ich theoretisch auch Hero Brian mit dem Heal Potion abwerfen Oh mein Gott Er hat mich fasst Das bringt nichts, damit heilt sie maximal Wenn du überhaupt Ne, ich mein, ob ich ihn überhaupt heilen kann aus Versehen Wenn ich mich ja will, dass er ihn abwerfen würde, das wäre ja Ich lauf grad weg, ich hab zweieinhalb Herzen Kann ich meinen Speed Potion auch für uns alle benutzen oder nur für eine Person? Äh, wenn er werfbar ist, dann kannst du auf alle nutzen Warte, ich werf ihn jetzt Ich werfbar So Sehr gut Jetzt, genau, haben wir Speed Perfekt So, ich werke noch Ein bisschen Aber So, wo ist der Schaden? Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich hab ihn Aber ihr müsst mich beschützen echt Okay, okay Ich hab wenig Herzen Ist bei mir Oh nein, ich bin tot Nein! Ich kann nichts sehen, ich bin blind Ja, lauf schon Ja, das hat man immer am Anfang, das geht gleich weg Oh mein Gott Ich hab mich, ich hab Irgendwie 20 Sekunden Wer hat denn der, den, den Shard? Du hast ihn Ich hab ihn! Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hilfe Ich bin so langsam Warte, 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 ich geb den Speed Oh, wir haben gewonnen Yay! Wir haben gewonnen Oh mein, ich will den Shard noch usen Schade Aber okay, das war auch wieder mal eine spannende Runde Jetzt haben wir auch mal herausgefunden, was eigentlich passiert, wenn man den Shard hat War schon spannend Ich würd sagen, HB2 Okay, Leute Es geht weiter mit einer neuen Runde von The Herobrine Und ich bin gespannt, welche Map uns diesmal erwarten Oh, The Caverns Ich bin Wow Das ist immer ne geile Map Und ratet mal, wer The Herobrine ist Nein! Nein! Ich hab irgendwie das Gefühl, Premium-Spieler haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit Ja, hm, woran liegt das denn eigentlich? Oh, ich hab hier jemanden gefunden Der versteckt sich in der Ecke Was hast du da Premium? Hä? Das hat mir irgendjemand tatsächlich mal ein Zuschauer hat mir das mal vor drei Jahren oder so geholt Alles klar Ne? Also ziemlich nett Oder kann auch sein, dass es wegen YouTuber ist, ich weiß es gar nicht mehr Oh Gott, gefahren Ich bin beim Shard, ich bin beim Shard Okay Ich bin in der Mitte, da kommt er So, am besten ist immer, wenn man die Leute, so wie ihn hier, den Lukas einfach wegtrinkt Oh nein! Hier warten alle Bombe! Äh, wartet, ich bin hinter einem Weg, weg, weg Okay, passt auf mich auf, gut Ich bin nicht ganz allein Ich bin jetzt gleich in der Mitte angekommen So ein Elf Captain Mylos Nein! Doch Ja Nein! Ich hab das gemacht Wie ist denn das gestorben? Wie bin ich denn jetzt? Ich hatte noch acht Herzen oder so Ich glaube, da haben alle auf einmal auf sich drauf gehittet Okay Leute, ihr seht schon, ich bin ein sehr, sehr schlechter Herobrine Ich hab's nicht mehr geschafft Bis zum letzten Aber egal Leute, das war wieder eine witzige Runde Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht Wenn's euch auch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann schreibt's doch in den Kommentaren und gebt einen Daumen nach oben Und ansonsten ja Leute, war's dann wieder mit der Folge Macht's gut und bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!